Und damit willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play The Witcher. Jetzt gerade ist es 0 Uhr 35. Das wäre normalerweise die letzte Folge für gestern gewesen. Und weil aber mein Rechner mal wieder gemeint hat abzuschmieren, habe ich es gestern nicht mehr geschafft. Das heißt, heute kommt die Folge und eine ganz normale Folge. Im letzten Mal haben wir den Sumpf verlassen. Wir haben Woroth getötet, die Wölfe und das war der Trophämonster. Wir haben sehr viel Geld gemacht, weil wir die ganzen Verträge abschließen konnten und den Trophämonster vertragen und haben uns eine neue Rüstung gesucht gelegt für 5000 Runds. Und wir haben uns kurz gelevelt. Und mit Rewarden besprochen. Zudem sollen wir nochmal hingehen, wenn er weiß, was der Code heißt. Ich tue erstmal wieder runterdrehen, die Lautstärke, weil sie gerade wieder so laut ist. Ja, wir sollen zu... Ähm... Ah, sieh mal an. Zwei Tränkliesschnellfächer. Erstmal die anderen Schwalbe dahin, dann haben wir hier vier. Und als zweiten Trank werde ich den Waldkauz nehmen. Aber cool. Deswegen der neuen Rüstung. Wegen der Exempel Lederjagd nehmen wir beim letzten Part geholt. Mit Freude habe ich gesehen, dass die gestrigen Folgen recht gut liefen. Ich hoffe, das bleibt so. Ich würde ja gerne mal das Silberschwert verbessern, wenn man noch das ganz normale Hexasilberschwert... Aber gut, jetzt schauen wir erstmal, was Leuwaden rausgefunden hat. Zum Thema, ähm... Salamandra-Code. Gucken wir erstmal. Ich frage mich ja immer, was diese geheimen vollen Adeligen hier sind. Also wer die sind, vor allem. Leuwaden. Was habt ihr aus diesen Dokumenten erfahren? Das war eben die, die wir beim letzten Mal gegeben haben, mit dem Code. Mal gucken, ob er was rausgefunden hat. Was habt ihr aus diesen Dokumenten erfahren? Das Versteck der letzten Salamanderzelle im Händlerviertel von Visima. Ich eile umgehend dorthin. So einfach ist das nicht. Sie liegt jenseits der überwachten Zone. Der Zutritt ist verboten. Wie lautet jetzt der Plan? Ein Offizier der Stadtwache ist unser Informant. Er tut in den Straßen von Visima Dienst. Wie erkenne ich ihn? Er reagiert auf ein Passwort. Sprecht die Worte... Die Lilie muss noch von Flammen umhüllt werden. Dieser Spionagequatsch geht mir auf den Senkel. Er antwortet dann, drei Lilien ergeben eine. Er wird euch zu dem Versteck führen. Ein Passwort, okay. Besonderer... Unten stand es gerade, besonderen Soldaten suchen, die auf den Straßen patrouillieren. Das gefällt mir schon wieder nicht, wenn es ein Passwort, denn da bin ich echt mit Geralt einer Meinung. Dieser Spionagequatsch geht auch irgendwo auf den Sack. Vor allem kann es auffällig sein, wenn man sowas sagt. Nicht, dass wir dann am Ende in Spion gelten oder so einem Scheiß. Weiß ja nie. So, das sind diese Wachoffiziere. Da müssen wir jetzt mal gucken. Da vorne ist ein Wachoffizier und hier ist auch ein Wachoffizier. Sprechen wir als erstes an. Hier ist noch ein Wachoffizier. Euresgleichen ist hier nur geduldet. Nichts mehr. Okay. Diese Wachoffizier. Geralt von Riva. Wie er leibt und lebt. Ihr habt die Quarantäne unterlaufen und euch offiziell Unterstützung erschlichen? Es herrscht Kriegsrecht. In Kriegszeiten gelten andere Gesetze. Ich werde mich so gut ich kann danach richten. Das solltet ihr auch. Denn Verräter bekommen die Klinge zu spüren. Da holen wir noch einmal. Und mein Schwert wirst du das zu sagen, was du siehst. Wie war das mit dem Kriegsrecht? Wie war das mit dem Kriegsrecht? König Voltest hat im Visima das Kriegsrecht verhängt. Warum? Die Pest wütet im halben Königreich. Und ungeheuer machen die Straßen der Stadt unsicher. Die Quarantäne und die Patrouillen reichen nicht aus? Das hat euch nicht zu interessieren. Aber offensichtlich reichen sie nicht aus. Wenn das der König überhaupt gemacht hat, hatte ich Zweifel ja dran. Wir wissen ja, dass zum Beispiel die Alasa gefälscht sind. Oder, nein, wir wissen es nicht, aber sie sind wahrscheinlich gefälscht. Wer ich suche, werde ich nicht fragen, weil wir gar nicht wissen, was wir dann suchen. Die Lilie muss noch von Flammen umhüllt werden. Was? Ihr wollt Blumen? Von mir? Ich meine, geht jemand anderem auf die Nerven. Okay, der war es schon mal nicht. Was haben wir Neues? Also das war ein Fiasko. Zum Glück wussten sie gar nicht, wovon ich rede. Ich muss die Geheimagenten finden. Ja, es gibt ja eine Menge Offiziere hier in der Stadt. Das kann jetzt eine Weile dauern. Da ist vorher einer langgegangen. Das ist irgendeiner von diesen Wachoffizieren, aber es gibt ja einiges mehr als einen. Na, da ist die Patrouille. Mit einem Wachoffizier. Schauen wir mal, ob es der ist. Stehen bleiben. Die Lilie muss noch von Flammen umhüllt werden. Die Lilie muss noch von Flammen umhüllt werden. Was? Ist das ein Passwort? Was? Wartet. Ihr wollt mich auf die Probe stellen. Hey, Jungs. Ich glaube, wir haben hier einen Störenfried. Ja, genau das habe ich befürchtet. Genau deswegen halte ich von Passwörtern nichts. Nein, ich habe einen Fehler gemacht. Nein. Ich habe einen Fehler gemacht. Gebt auf. Ich sollte mich hier mit einem Freund treffen. Ich sollte euch ins Verlies werfen. Ihr habt Glück, dass mir Prinzessin Ada in Kürze einen Orden verleiht. Einen Orden? Dafür, dass ich gegen die Elfen-Terroristen kämpfe. Gibt es keine größeren Probleme? Was ist mit der Pest? Den Ungeheuern? Haltet ihr mich für einen Tölpe? Ein Terrorist bringt doppelt so viel Gold wie eine Kikimore. Und ist leichter zu fangen. Fangen? Man muss einen anderlingen Kollaborateur lediglich identifizieren. Gieriges Arschloch. Ja. Gieriger Penner. Klar, ein Orden dafür, dass er faul rumsitzt. Puh, das war knapp. Wo steckt dieser Agent? Ein Orden dafür, dass er faul rumsitzt. Vorsitz. Super. Endlich sorgt sich jemand um unsere Sicherheit. Ist ja wohl einer der ganz Mutigen. Dritter Wachoffizier. Euresgleichen ist hier nur Geduld. Ach, den haben wir schon mal gehabt. Hier ist noch ein Wachoffizier. Aber ganz ehrlich, solche Leute gehen einfach auf den Geist. Komm, bitte sag mir, dass du das wisst. Die Lilie muss noch von Flammen umhüllt werden. Die Lilie muss noch von Flammen umhüllt werden. Was? Oh, Entschuldigung. War nur ein Scherz. Drei Lilien ergeben eine. Ihr hättet euch ein einfacheres Passwort ausdenken sollen. Nun denn. Hier ist der Plan. Schlag Mitternacht. Trifft meine Einheit in den Kloaken ein. Kommt ihr nicht mit mir? Wir geben euch Rückendeckung. Aber höchstens zwei Stunden lang. Wir treffen uns dort. Männer! Achtung! Vorwärts, Marsch! Okay. Wir haben ihn gefunden. Und wir sollen zum Mitternacht bei ihm eine Kloaken treffen. Nächstens etwas. Boah, ey, die Leute hier. Dann gehe ich jetzt erstmal in die Kloaken. Ich würde hier gerne nochmal mit diesem... Weil ich hier gerade auf dem Markt bin. Wer war denn der? Welcher war denn der? Es gab hier einen Händler, der kein Händler war, sondern ein Salamandra-Typ. Ich weiß aber nicht mehr, wer das war, der sehr klarste Händler war es nicht. Der große Händler glaube ich auch nicht. Schnapsverkäufer vielleicht. Viele Getränke und andere Waren. Ne, der war es nicht. Woher können wir schon noch irgendwas loswerden können. Ne, das ist alles alt, den könnten wir noch brauchen. Ja, egal. Äh, ich wollte halt gucken, weil es ja hier einen gab, der für die Salamandra ne. Und so. Also, Kloake sind irgendwo hier. Wo denn? Ja, ganz raffiniert auf der anderen Seite. Super. Das ist wieder helle. Ach. Ich muss einmal auf die andere Seite. Manche Spiele, ey, sind echt doof. Fischhändler. Was hast du denn? Habt ihr Hai? Leider nicht. Aber ich kenne mich mit Fischen aus. Ich weiß, geräucherter Aal, den mögt ihr bestimmt. Bitte, seht euch um. Nur zu gern. Ich liebe den Geruch von Fisch. Was zur Hölle? Was ist das so für ein Händler? Egal. Einige der Marktbuden stehen leer. Einige der Marktbuden stehen leer. Ja, viele Händler machten pleite, als die Steuern für die Armee erhöht wurden. Anderlinge zogen ins Ghetto. Andere Kaufleute fürchten Banditen und Ungeheuer. Nicht viel Konkurrenz für euch. Nicht viel Konkurrenz für euch. Nicht, dass jemand bessere Waren als ich hätte. Ich habe sogar noch mehr in das Geschäft investiert, denn ich erwarte einen baldigen Aufschwung. Viel Glück. Ich liebe den Geruch von Fisch. Hat er denn Fisch? Oh ja, ausgenommener Fisch und normaler Fisch. Aber Hai ist eigentlich auch ein Fisch und den hat er offenbar nicht gepeilt. Schon komische Leute hier in Vizima. Was ist denn jetzt der Kloakenzugang? An der Ecke da sollte er sein. Da, Eingang zur Kloake. Ja, ich gehe gleich rein, wäre mir gerade eh nichts anderes zu tun. Vielleicht ist der Typ schon da und wenn nicht, dann kann man in den Kloaken bis Mittag meditieren. Vielleicht ist der Typ ja schon da. Bei manchen, manchmal ist das ja so ein bisschen seltsam. Ich kann ja mal gucken, es kann ja nicht schaden mal zu gucken. Theoretisch wären die genau da vorne. Nee, ist keiner. Aber hier ist eine Feuerstelle. Da meditieren wir hier halt bis Mitternacht. Macht ja keinen Unterschied. Aber davor mache ich lauter, weil er jetzt schon wieder so leise war. So, irgendwas zum Brauen. Nö. Gut, dann bis Mitternacht meditieren. Dann vermute ich mal, dass es ins letzte Salman drauf versteckt geht. Ja, hier sind sie. Glücklich auf die Minute. Sehr schön, das freut mich. Hallo, Wachoffizier. Was für ein Gast, wüsste ich gerne. Da kommt die Leiter. Was für ein Gast, das würde mich sehr stark interessieren. Jetzt ist es wieder so laut, ich mache es gleich nochmal leiser. Es tut mir leid, Freunde. Er ist nicht gerade so oft. Obwohl, wisst ihr was, ich reguliere es am Headset schnell. Die Pflicht ruft. Jetzt muss ich noch ein Kaufmannsgefehl hinaufsteigen. Auf die Leiter. Meine Flüsse Schmerzen. Was für einen Gast. Und woher weiß der Gast, ja okay, er ist in Formant. Aber es geht irgendwie, irgendwie ist es merkwürdig. Wir werden es herausfinden. Wir werden die Salamandra auf jeden Fall stellen. 15 Minuten knapp haben wir noch. Schauen wir mal, was haben wir denn hier? Wir sind jetzt hier hinter der Barrikade. Hier gibt es eine alte Schmiede und ein Salamandra-Versteck. Ich will mir erstmal die alte Schmiede angucken. Wir gehen zur Kloake. Ach, kann ich die noch gar nicht angucken. Ist ich das richtig? Ja okay, dann geben wir uns Salamandra-Versteck. Egal. Aber davor werde ich nochmal speichern. Man weiß ja nie. Und ich habe keinen Bock zu sterben, wenn es nicht sein muss. Salamandra-Versteck. Ich gehe erstmal auf den Gruppenkampfstil. Salamandra-Versteck, Salamandra-Versteck, man sieht es schon hinten. Gruppenkampfstil erstmal. Obwohl ich bleibe erstmal auf dem Starken. Bevor ich jetzt dahinter gehe, werde ich die erstmal ausplündern. Alles mitnehmen, was so geht. Was ist das jetzt? Ach, ein Video. Moment noch. Ein magischer Spiegel. Heute bekommen wir vielleicht keine Verbindung zu den Redanien. Sagt er. Der Kristall darf sich auf. Ich erhöhe die magische Korrelation. Es hat funktioniert. Wir haben ein Bild. Ich grüße euch. Seid gegrüßt, Herr. Genug der Förmlichkeiten. Was wollt ihr? Unsere Militärstützpunkte um Visima wurden aufgelöst. Spione aus Nilfgaard könnten etwas damit zu tun haben. Ihr steckt also bis zu den Hüften im Dreck. Warum kommt ihr zu mir? Herr, wir bitten um finanzielle Unterstützung. Warum sollte ich euch helfen? Unsere gemeinsamen Bekannten arbeiten für Leute mit guten Beziehungen zu euch. Ihr müsst mich für verrückt halten. Aber Herr... Das ist eine Nummer zu groß für euch. Eure Experimente. Der Handel mit VisTech. Ich werde euch nicht helfen. Habt ihr etwas gehört? Im Korridor. Mist, er muss mitbekommen. Interessant. Das muss der Kontakt sein, gerade im Spiegel. Rado wird der Strenge. Und da kommen jetzt die Salamandra. Ich bin doch schon... Der magische Stein. Ich habe das Gefühl, dass er der Schlüssel zu einem Rätsel sein könnte. Ich muss ihn holen. Aber vielleicht sollte ich zuerst ausspielen, was die Salamandra tun. Zuerst mal müssen wir hier wahrscheinlich kämpfen. Das ist euer Ende! Oh, der ist ein magisches Viecho. Wir sind fast tot. Scheiße. Alter! Stirbt man schnell. Wow! Hätte ich jetzt nicht erwartet, dass wir so schnell sterben. Ja gut, aber jetzt wissen wir Bescheid. Wow, wir haben doch im letzten Part erst eine neue Rüstung geholt. Wieso? Sind wir jetzt so schnell gestorben? Das hat mich jetzt schon ein bisschen angekotzt. Okay. Wir können ja drinnen noch speichern. Die merken ja nicht auf das Verlauf aufmerksam. Haben wir gerade gesehen. Schneller Kampfstil bei denen. Habe ich gesehen. Das Arten ist gar nicht so schlecht. Und der I-Field ist auch schneller Kampfstil. Das weiß ich zufällig. Den Käse hier können wir mitnehmen noch. Davon ja nicht mehr. Das heißt, hier speichere ich. Und vielleicht ziehe ich gleich mal das Schwert. Oder ich schmeiße jetzt mal eine... Weißt du was? Ich schmeiße jetzt mal eine Schwalbe ein. So, jetzt das. Das überspringe ich. Das kennen wir. Jetzt kommen sie zu uns. Erst bei der Magier. Gut, der Magier ist tot. Und wir auch fast. Die sind unfassbar stark. Ich wollte als erstes Magier töten, bevor der den I-Field geschwört. Aber das ist mir voll in die Hose. Wow, die sind ja übel. Wie kriegen wir die denn klein? Ich bin gerade überrascht, weil wir haben ja, wie gesagt, die neue Rüstung. Eigentlich dürften wir uns vielleicht gar nicht fertig machen. Man merkt schon, die Schwierigkeit zieht an. Das merkt man schon. Waffe ziehen, Schwalbe trinken, obwohl die gerade nicht viel gebracht hat. Ich glaube, wir müssen die Einzelnen killen dann. So, jetzt kommen wir hier. Ihr werdet langsam schmerzen. Erstmal werde ich von euch jetzt mal fliehen. Ich muss bei denen auch passen, mit meiner Power. Okay, der ist tot. Geralt, lauf. Ich muss gerade so kämpfen, weil sonst stört man daher. Der ist tot. Schön. Der E-Feed nervt mich gerade. Gut, der E-Feed ist tot. Wieder Waffe wechseln. Jetzt auf Schnellkampfstil. Der Magier liegt noch. Boah, das war ein schwerer Kampf jetzt. Wir haben jetzt noch halbes Leben, trotz der Schwalbe. Das war jetzt ein ziemlich harter Kampf. Wie gesagt, man merkt schon, die Schwierigkeit zieht an. Jetzt schauen wir uns, bevor ich da jetzt in den Spiegel gucke, will ich mir erst mal alles angucken. Und alles mitnehmen. Der hat Rauben. Die nehmen wir mit. Die illegalen Schwerte waren ja schlechter. Das haben wir schon mal gesehen. Jetzt mehr alles mitnehmen, bevor wir jetzt ein Radio gibt. Das wollte ich gar nicht. Ich denke mal, das ist der Kontakt ist, den der Informant meinte. Wer das aber genau ist, das ist die Frage. Da war gerade irgendwas. Ach, Schlüssel. Schlüssel zum Tor. Das ist ja am anderen Schutzpunkt. Der ist Asiman. Kann auf jeden Fall nicht schaden. Ansonsten ist jetzt hier nur Geld. Die Frage ist halt, gehen wir jetzt erst runter oder machen wir erst hier oben? Ich glaube, das war's, was an Überresten... Das war's, glaube ich, was an Überresten gemeint war. Ich rede jetzt erst mit diesem Radio-Bit. Bravo! Ein eindrucksvolles Gemetzel. Und ich fürchtete schon, diese Idioten würden mich mit ihren Bittstellungen langweilen. Aber dann waren sie ja doch recht unterhaltsam. Wer seid ihr? Radovid. Ich schätze es nicht, wenn man mich unterbricht. Hört zu, Radovid. Es kümmert mich herzlich wenig, was ihr schätzt. Ihr solltet besser erklären, in welcher Beziehung ihr zu den Salamandra steht. Wir werden uns sicher eines Tages begegnen. So hat schon lange niemand mehr mit mir gesprochen. Ich mag euch. Ihr nehmt kein Blatt vor den Mund. Ich sage euch, wer ich bin, aber nicht aus Furcht. Ich habe nichts mit den Salamandra zu schaffen, rein gar nichts. Einst wollte ich sie als Werkzeug benutzen, aber ich habe es mir doch anders überlegt. Als Werkzeug? Als politisches Druckmittel. Könnt ihr euch klarer ausdrücken? Könnte ich, werde ich aber nicht. Es genügt wohl festzustellen, dass mir die Aktivitäten der Salamandra gerade nicht ins Konzept passen. Also sind wir Verbündete. Viel Glück, sagt Anna schöne Grüße. Haha. Wer ist dieser Typ? Jetzt ist er weg. Salamandra politische Intrigen, ein magischer Spiegel. Wir sehen, wie sich die Dinge entwickeln. Die Sprache mit einer Teleproduktion von einer IMO und einem Nominzrado wird, der eindeutig Salamandra finanziert. Ich muss mehr herausfinden. Wer ist das? Was hat das zu tun mit sehr steinigem Löffling? Fall mal mit. Ich wollte einen Stein zu Trus und Leibaden bringen. Schön übrigens, dass Gerard sich hier drin spiegelt. In den meisten Spielen ist es ja nicht so genau. Aber wer ist der Typ? Das wüsste ich gerne. Und ich würde gerne kurz nach unten gucken. Auf jeden Fall speichere ich jetzt mal hier. Nicht, dass jetzt gleich da unten wieder so ein Hinterhalt kommt und wir dann sterben. Das war scheiße. Ich meine, das ist ein Salamandra-Stützpunkt. Ja, so viel dazu. Gruppenkampf-Stil. Hier wagt es, die Salamandra herumzufordern. Hier wagt es, mich in den Weg zu stellen. Okay, das ist der letzte. Nee, der eine pennt, aber das ist der letzte in der Kappelkampf-Stil. Da schlafen noch zwei die will ich schnell töten. Und dich noch. Ich lasse hier drin keiner am Leben. Ich werde euch töten. So, das war's hier. Ja, war nochmal so eine Art kleiner Mini-Dieterhalter, aber der Dings bei weitem nicht so schlimm wie das gerade oben. Ja, man hat es schon gemerkt, das war jetzt normale Salamandra und das oben waren, ähm, waren, äh, Offiziere und Magier. Man merkt schon einen Unterschied. Das ist schon, ähm, wie Himmel und Erde. Aber wer dieser Radobit ist, wäre natürlich schon wichtig. Okay, weil, wenn ihr wollt, in die Kommentaren eure Meinungen schreiben. wer das sein könnte, wer das sein könnte. Hier, neben dem geht noch ein paar Habseligkeiten. Die brauchen sie ja eh nicht mehr. Wir könnten wieder Geld brauchen, nach dem letzten Mal. Jetzt haben wir gerade wieder knapp 300 Torens. Jetzt haben wir der Torepfeindes. Nur drei Ringe. Geld und Schwarzpilver. Zwei Ringe können wir hier reinsetzen. Die Restlichen zwei, wir haben Nahrung ziemlich viel mitgenommen oben. Das können wir jetzt mal benutzen. Nahrung, und was haben wir hier? Himbeersaft für Ausdauer. Ja, wieso nicht? Ja. So. Dann können wir die... Oh, wäre nur einnötig gewesen. Egal. Dann können wir den Ring hier mitnehmen. Dann tun wir einen Ring hier schon mal raus. Sehr egal. Gut. Mehr war hier nicht, dann gehen wir wieder raus. Oder? Ja, wir sollen jetzt den Stein zurückbringen. Und wir müssen wahrscheinlich rausfinden, wer dieser Radobeed ist. Aber ich glaube, hier sind wir fertig. Hartmans Spiegel. Wir können mit dem nichts machen. Ich denke mal, hier sind wir fertig. Wo haben wir was denn jetzt? Wir haben noch zwei Minuten. Gut, dann werde ich jetzt gleich schupeichern. Ja, übler Kampf am Anfang. Hat jetzt echt vier Versuche gebraucht und einen Trank. Jetzt haben wir hier die Schwalbe und die Ausdauerregeneration wegen der Himbeersaft. Die Schwalbe gilt noch knapp eine halbe Stunde. habe ich jetzt gespeichert. Ach, egal. Ich spreche zur Sicherheit nochmal. Dann sind wir für den Part durch. Heute kommt nochmal ein Part. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, der Part lief gut, was die Lacks etc. angeht. Sorry, dass ich es jetzt erst zu spät hochlade, weil der eigentlich noch für gestern war. Mein Rechner halt. Ich muss echt gucken, was der Rechner für ein Problem hat. Und ja, dann sehen wir uns heute eben zur normalen Folge nochmal. Weiß ich noch nicht, wann ich die mache. Wahrscheinlich entweder frühen Nachmittag oder abends beziehungsweise nachts. Mal gucken. Vielleicht auch jetzt noch in der Nacht. Ich weiß es noch nicht. Naja, wir sehen uns dann. Bis dahin, Freunde. Macht's gut.